Seit Monaten bestimmt ein neuartiges Virus unser aller Leben, SARS-CoV-2. Selten hat ein medizinischer Terminus so schnell einen solchen Bekanntheitsgrad erlangt. Mit diesem Video möchten wir Sie einführen in die Welt der Viren, dieser einfachen und in ihrer Effizienz herausragenden Art von Krankheitserregern. Begleiten Sie uns und Ihr Bild von Viren könnte sich durch dieses Video etwas verändern. Was fällt Ihnen ganz spontan beim Wort Virus ein? Sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge vielleicht Bilder von überfüllten Krankenhäusern? Oder wenn Sie vielleicht meiner Generation angehören, das Bild eines abgemagerten Freddie Mercury? Oder sehen Sie Ärzte in Schutzanzügen, die im Dschungel gegen das tödliche Ebola-Virus kämpfen? Im kollektiven historischen Gedächtnis finden sich bedrohliche Epidemien scheinbar immer noch verankert. Auch wenn die letzten Jahrzehnte auf grund fehlender konkreter Erfahrungen solchen ihrer emotionalen Kraft beraubt haben, sie etwas abstrakter haben werden lassen, so haben wir doch ein Unbehagen in uns, wenn es auch tief vergraben liegt, das leicht erweckbar ist, sobald die Gefahr tatsächlich greifbar wird. So ist auch zum Beispiel die spanische Grippe, eine ungewöhnlich aggressive Influenza-Pandemie, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 50 Millionen Menschen das Leben kostete, auf einmal wieder präsent. Von den aktuellen Ereignissen angestoßen, rücken diese fernen Ereignisse wieder in unser Bewusstsein. Doch wird man dem Phänomen Viren gerecht, wenn man es ausschließlich mit diesen negativen Aspekten in Verbindung bringt? Lange Zeit ging man tatsächlich davon aus, dass prinzipiell alle Viren Krankheiten hervorrufen würden. Die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte korrigierten diese Annahme. Ganz im Gegenteil, manche Viren leisten gar einen wichtigen Beitrag für das Überleben ihres Wirtes. Wie auch Bakterien, die zum direkten menschlichen Ökosystem gehören, man bedenke nur die bakterielle Darmbesiedlung, so besitzen auch Viren zum Teil wichtige Funktionen. Etwas zugespitzt formuliert, könnte man sagen, dass schwere Erkrankungen oder gar der Tod des Wirtes Zeichen eines noch unreifen Kennenlernprozesses darstellen. Noch zu ungestüm, noch ohne Kontrolle. Doch vielfach kommt es über die Zeit zu einer Zunahme dieser Kontrolle. Virus und Wirt, sei es ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze, können sich aneinander gewöhnen. So ist der Blick auf das Thema virale Infektionserkrankungen ein ambivalenter. Einerseits betrachten wir die Viren heute nicht nur als krankheitserzeugende Pathogene, sondern sehen zugleich, welche Bedeutung sie für die Evolution und nicht zuletzt auch des Menschen hatten, indem sie nämlich ihr Genmaterial auch in die menschliche Zelle schleusten und somit das humane Genom, wie manche Forscher sagen, innovativ erweiterten. Doch zugleich kann die Liaison zwischen Virus und Mensch wahrlich nicht als ausschließlich romantisch beschrieben werden. In der evolutionären Perspektive mag das Zusammenkommen mit den Worten der Virologin Karin Mölling eine Art genetischer Entwicklungsmotor gewesen sein. Die Evolution besitzt bekanntlich einen langen Atem. Aber auf diesem unvorstellbar langen evolutionären Zeitstrahl führten genau diese Viren punktuell leider immer und immer wieder auch zu unermesslichem Leid und millionenfachem Tod. So müssen wir beide Perspektiven im Auge behalten, zumal sich aufgrund der hochvernetzten, globalen und expandierenden Lebensweise der Menschen die Wahrscheinlichkeit neuer Infektionswellen nochmal erhöht hat. Nachdem man lange Zeit vor allem den Menschen und seine direkte Umgebung nach Viren absuchte, begann ein Forscher vor Graumerzeit in den Suchradius zu erweitern. So auch auf die Ozeane. Dabei fand man in jedem Milliliter Meerwasser etwa zehn Millionen Viren. Also allein die Zahl der Viren in unseren Weltmeeren ist somit viel größer als die Anzahl der Sterne in dem uns bekannten Universum. Was sind eigentlich diese Viren? Der lateinische Begriff Virus steht unter anderem für Gift. Der erste Nachweis eines tierpathogenen Virus gelang erst 1898. Zwei Forscher aus Greifswald entdeckten nämlich das Maul- und Klaunseuche-Virus. Sprechen wir, wenn wir von Viren sprechen, eigentlich von Lebewesen? Nach Meinung der meisten Forscher stellen Viren eine Art Zwischenstufe zum Leben dar. Also auf dem Weg zum Leben, könnte man auch sagen. Da sie ohne Zellorganellen weder über einen Energiestoffwechsel verfügen, noch Proteine bilden oder sich vermehren können, wird ihnen die Lebendigkeit abgesprochen. Doch auf eine gewisse Art werden sie sehr wohl lebendig, sobald sie eine Zelle infizieren. Denn einmal in eine Körperzelle gelangt, übernimmt das Virus die Kontrolle. Der Stoffwechsel der gekaperten Wirtszelle dient fortan der Produktion neuer Viruspartikel. Das heißt, ein Molekülhaufen, ein Partikel zu seiner selbstständigen Vermehrung nicht fähig, nutzt die Mechanismen der Körperzellen für seine Reproduktion, für seine Vermehrung. Das ist eine Form von Piraterie, aber irgendwie auch wirklich sehr beeindruckend. Und obwohl allein für sich betrachtet keine Lebensform, wohnt auch dem Virus etwas inne, das wir als evolutionäres Prinzip bezeichnen könnten. Nämlich das Streben nach Vermehrung. Das Streben, hier sicherlich in Gänsefüßchen gesetzt. So können Viren nicht nur alle Lebensformen infizieren, auch vermögen sie es, ihre Erbsubstanz in die Genome ihrer Wirtszellen zu integrieren. Und das geschieht wahrscheinlich schon seit den Anfängen des Lebens auf der Erde. So sollen etwa 8 Prozent des menschlichen Genoms allein von Retroviren abstammen. Wir wollen nun etwas genauer uns anschauen, wie Viren aufgebaut sind und wie sie in dem menschlichen Organismus agieren. Denn Viren unterscheiden sich fundamental von allen anderen Erregerarten. Sie sind letztlich nur extrem kleine Partikel. Die meisten Viren bewegen sich mit ihrem Durchmesser zwischen 20 Nanometern, das wäre das Poliovirus, bis zu 300 Nanometern, das wäre das Pockenvirus. Nanometer, also wir sprechen von Milliardstelmetern. Milliarden von ihnen passen tatsächlich in ein Reiskorn hinein. Alle Viren sind grundsätzlich aus zwei Bestandteilen aufgebaut. Aus der Erbinformation, die entweder aus RNA oder DNA besteht und zweitens aus Proteinen, die diese Erbsubstanz schützend umhüllen. Man spricht dann auch von einem Kapsid. Bei einigen Viren gesellt sich außen noch eine dritte Struktur hinzu, nämlich eine Fett, eine Lipidmembran. Diese entsteht dann, wenn das Virus Membranmaterial seiner Wirtszelle mitnimmt und sich damit gleichsam ummantelt. Das SARS-CoV-2 ist übrigens ein RNA-Virus und es besitzt sehr wohl eine solche Lipidmembran. Das ist übrigens sehr wichtig. Weshalb? Da membranumhüllte Viren empfindlich gegenüber Detengenzien sind, können wir sie leicht mit Seifen oder aber auch Alkohol beschädigen. Das ist sehr gut zu wissen. Denn Virusarten ohne eine derartige Membran sind weitgehend resistent und können in der Umwelt länger überdauern. Viruspartikel gelangen auf unterschiedlichen Wegen in den Körper ihres Wirts. So zum Beispiel über Tröpfchen von Sprechenden, vor allem aber von Hustenden und Niesenden Menschen. So auch beim SARS-CoV-2. Über kontaminierte Oberflächen ist es möglich. Über Nahrung und Wasser, wie zum Beispiel bei der Hepatitis A oder über Kontakt mit infizierten Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel beim HI-Virus. Oder es geht auch über Vektoren. Als Vektor bezeichnet man einen Krankheitsüberträger, der Erreger von einem infizierten Wirtsorganismus auf einen anderen überträgt. Als wichtige Vektoren gelten zum Beispiel Stechmücken, Zecken, Flöhe oder Läuse. Springt der Erreger von einem Tier auf einen Menschen über. So sprechen wir auch von einer Zoonose. Diese Zoonosen nehmen ihren Ausgang, gerade bei den Viren, relativ häufig bei Fledermäusen und Flughunden. Diese gelten als natürliches Reservoir für viele Viren. Und zwar nicht nur für das neue SARS-CoV-2, sondern auch für die schon länger bekannten SARS- und MERS-Coronaviren und nicht zuletzt aber auch für das Ebola und das Marburg-Virus. Menschen, die sich mit den Viren infizieren, können schwer erkranken und sterben. Im Falle des Ebola-Virus sterben im Extremfall bis zu 90 Prozent der Infizierten. Dagegen zeigen die Fledertiere aufgrund eines außergewöhnlichen Immunsystems überhaupt keine Krankheitssymptome. Ist es den Viren also gelungen, auf einem der benannten Wege in den Körper zu gelangen, so gilt es für sie, auch in die Körperzellen einzudringen. Dies geschieht über spezifische Oberflächenmoleküle der Körperzellen. Diese dienen den Viren als Rezeptoren. Bei SARS-CoV-2 zum Beispiel ist es ein Enzym, das ACE2, das in der Zellmembran sitzt und als Andockstelle vom Virus genutzt werden kann. Mit dieser Andockstelle gelingt es nun, dem Virus in die Zelle hinein zu penetrieren. Dort angekommen, setzt das Virus seine Erbsubstanz frei und nutzt dann die Mechanismen und Stoffwechselwege der befallenen Zelle, um seine RNA oder DNA, je nachdem was das Virus mitbringt, sowie seine Proteine zu synthetisieren. Im Detail unterscheiden sich die einzelnen Schritte je nach Virustyp. Die Virtszellen können dabei so stark geschirrt werden, dass sie zugrunde gehen. Manche Viren können aber auch latent agieren, das heißt lange, zum Teil auch lebenslang persistieren, ohne die Virtszelle zu zerstören. In regelmäßigen Abständen erwachen sie dann aus der Latenz und werden aktiv. Beispiele dafür sind das Varicella-Zosta-Virus, das die Gürtelrose immer wieder mal verursachen kann, sowie die Herpesviren. Auch die Bläschen kommen ja immer nur in bestimmten Abständen. Typischerweise, wenn das Immunsystem etwas gestresst ist, denn das Immunsystem muss diese Viren ein Leben lang kontrollieren. Nachdem die neu gebildeten Viruspartikel in der Virtszelle dann zusammengebaut wurden, erfolgt die Ausschleusung. Bei der Virusausbreitung über das Blut können die Viren dann auch zu anderen Organen gelangen, so diese auch über diese Rezeptoren verfügen, die ja benötigt werden, um Einlass in die Zelle zu bekommen. Andererseits aber sind die Viren, die im Blut unterwegs sind, für die mittlerweile gebildeten Antikörper, die sich ja gegen diese Viren richten, angreifbar. Die freigesetzten Viren können aber auch, um das zu vermeiden, direkt die umliegenden Zellen befallen. So bleiben sie vor den Antikörpern sicher. Das Immunsystem muss dann auf andere Mechanismen zurückgreifen. Wie wir es in der Vorlesung Immunsystem verstehen gelernt haben, Interferon, die CD8 oder T-Killerzellen, Makrophagen und natürliche Killerzellen kommen dann voll zum Einsatz. Der Krankheitsverlauf hängt nun unter anderem davon ab, wie ausgeprägt die direkte Zellschädigung durch das Virus selbst ausfällt. Aber die Frage ist natürlich auch inwieweit der Organismus in seinem Abwehrkampf und mit den ganzen Mechanismen, die aktiviert werden, auch selbst Schaden an den eigenen Körperzellen anrichtet. Je nach Virustyp und je nach Wechselspiel zwischen Virus und Wirt und je nach Beschaffenheit des Immunsystems, erstreckt sich die Palette der möglichen Verläufe von völlig asymptomatisch bis tödlich. Wir schließen das Kapitel mit der Betrachtung einer ganz anderen Viruswirkung, nämlich die virale Beteiligung an der Entstehung von Tumoren. Weltweit werden ca. 17% aller Erkrankungen, bösartiger Erkrankungen durch Infektionserreger ausgelöst. Viren greifen dabei z.B. auf die Kontrolle des Zellzyklus ein oder auch die DNA-Reparaturmechanismen können sozusagen gestört werden durch das Virus. Auf diesen und anderen Wegen vermag z.B. das humane Papillomvirus ein Cervixkarzinom auszulösen. Das Hepatitis B und Hepatitis C-Virus begünstigen z.B. die Entstehung eines Leberzellkarzinoms. Wir kommen zum Ende unserer Rundreise durch die Welt der Viren. Wollen mit einem kurzen Ausblick schließen. In unserer modernen Welt, in der alle geografischen Zonen und Kontinente mit ihren vielfältigen Lebensformen und mithin ihren menschlichen Populationen durch Globalisierung, Reiseaktivitäten und Migrationsbewegungen keine abbegrenzten Nischen mehr bilden, lässt sich der Kontakt mit zum Teil auch neuen Viren kaum vermeiden. So kommt es nicht nur zu Kontakten für den einzelnen Menschen mit neuen Infektionserregern, sondern auch zu ihrer rasanten Verbreitung, was sich bei der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie gut beobachten lässt. Auch unterliegen die Viren häufigen Mutationsprozessen und so einer kontinuierlichen Wandlung. Ferner setzen Viren sich ständig mit unserem Immunsystem auseinander und versuchen, dieses zu unterlaufen. Sie wollen uns zwar nicht töten, zumindest haben sie das nicht prinzipiell vor, aber sie wollen auch nicht eliminiert werden durch unsere Abwehr. So sollten wir wachsam bleiben und die Forschungsaktivitäten wie auch die Präventionsstrategien sehr wohl weiterentwickeln. Denn eines ist am Ende sicher, die nächste Pandemie kommt gewiss. Also wird es am Ende sicher, dass die Knie kommen und die Knie kommen und der Beobachtung auf den Knie kommen. So kann ich den Knie kommen. So wird es für die Knie kommen und der Knie kommen. So wird es für die Knie kommen.